Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch und zum Abschluss-Cast von Loki. Da ich ein Gentleman bin der alten Schule, stelle ich natürlich erstmal unseren Gast vor. Das ist nämlich ein weibliches Wesen. Sarah, hallo, ich begrüße dich. Hallo. Ach, ich freue mich. So, und dann darf ich natürlich unsere andere Variante da, der da hinten immer über mich Witze reißt. Patrick. Hallo Patrick. Und Sam heute in der dezent verwirrten Variante. Ja, in der Tat. So ist das. Genau. Beziehungsweise, ihr kennt ihn auch als Käpt'n Spätzle. Ja, Käpt'n Schwabe tut's auch. Genau, was wir hier machen, wir haben den Abschluss-Cast zu Loki. Ich hau hier natürlich vorher auch wieder eine Spoiler-Warnung raus, da wir ja über die ganze Staffel reden. Und wir natürlich auch im Recap schon einzelne Szenen und, ja, einzelne Indizien und Cameos und Easter Eggs besprochen haben. Machen wir das natürlich hier auch. Also, seid gewarnt, erst die Serie gucken, dann unseren Abschluss-Cast beziehungsweise unsere Recaps hören. Genau. Wie ich im Vorfeld schon mit euch zwei ja diskutiert habe, wie fangen wir an? Das ist schwierig. Am besten mit der Frage, wie habt ihr denn die Serie erlebt? Fandet ihr sie spannend zum Beispiel? Oder habt ihr ein Zeitraum-Kontinuum aufgemacht, um nochmal zurückzureisen, um die erste Folge zu sehen? Ich bin in der Zeit zurückgereist und habe mir die erste Folge nochmal angeguckt. Und ich bin immer noch begeistert, wie das alles aufgebaut wird, wie man mit einer relativ simplen ersten Folge startet und wie es sich dann wirklich immer weiter in dieses, ja, Multiversum am Ende aufspaltet. Und es wird so schön schon angetriggert in der ersten Folge. So, jetzt gerade beim zweiten Gucken merkt man, ah, ihr wusstet schon genau, was ihr tut. Patrick, wie sieht's da bei dir aus? Ich war so ein bisschen skeptisch. Ich fand schon in Endgame, also ich find Endgame schon allein nicht so cool, wie er geredet wird. Ich mag die erste halbe Stunde und die letzte Stunde, weil die das komprimiert haben, was ich an den Avengers-Filmen mag. Aber so diese Idee, wie Loki sich abgesetzt hat, fand ich halt super lahm. Da dachte ich, ui, toll, jetzt hat Loki sich in seine Serie abgesetzt und war super skeptisch. Und die Skepsis war auch während der Serie immer so ein bisschen geblieben, weil ich wusste, die haben für sechs Stunden Loki so das Budget von ein, zwei Marvel-Filmen. Und ein bisschen siehst du das eingesparte Budget an, aber die haben dann mit dem, was sie hatten, so ein Fass aufgemacht, dass ich mich drauf gefreut habe und die Easter Eggs genossen habe. Ich sag einfach nur, im Hintergrund war vermutlich eine Peggy Carter zu sehen, aber das war so unkenntlich, dass wir das nur als bloße Spekulation abtun konnten. Und ich dachte, so fährt die Serie weiter. Aber das hat sich ja dann mit dem Knall am Ende so in, die Bedenken haben sich so aufgelöst und Marvel hat seinen nächsten Willen rausgehauen und so. Ich war dann am Schluss angetan, dass das vermutlich dadurch, dass sie Budgetansparungen hatten, dass die durchdachteste Serie des MCUs bisher war. Wenn du gerade Peggy Carter ansprichst, das war ja noch so ein Indiz oder so ein Easter Egg, sag ich mal, wo wir noch rumgerätselt haben, ist es wirklich, ja, sie hat so ein blaues Kleid an, sieht so ähnlich in ihrer Silhouette aus wie Peggy Carter, könnte aber auch jede andere Person gewesen sein. Aber das wird ja in der Serie an sich, also in der Staffel, wird es ja immer offensichtlicher oder offensichtlicher oder auch immer deutlicher solche Easter Eggs oder auch Cameos. Gerade so wie in Folge 5 zum Beispiel, die ich ja sehr gelobt habe mit diesen vielen, richtig vielen Easter Eggs, wo mir teilweise, nachdem ich sie jetzt nochmal angeschaut hatte, immer noch ein paar Sachen aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, okay, das ist mir beim ersten Mal überhaupt nicht aufgefallen. Ihr wisst ja beide, welche ich meinen wahrscheinlich, Easter Eggs, so von wegen Throg. Ja. Ach, oder die vielen Thanos-Varianten, die sie in der Folge davor erwähnt haben, das war halt so herrlich. Ja, der Thanos-Copter. Thanos-Copter, genau. Dann hatten wir ja auch eine Statue gesehen von diesem Urwesen. Oder Anuntut, diese andere Variante von Kang. Ja, genau. Und es gab viele, viele Andeutungen. Und Folge 5, wie gesagt, hat es halt ziemlich viel und stark gemacht. Aber wenn man jetzt in der Retro-Perspektive, sag ich jetzt mal. In der Retro-Perspektive heißt es. Ja, genau. Sorry. Jedenfalls die Folgen davor, wie Sarah schon so schön angemerkt hat, sich die Folgen nochmal anschaut, dann fallen einem so ein paar Andeutungen oder auch so schon Hinweise, wohin sich das Ganze bewegen könnte. Gerade so, wie wir auch im Vorgespräch auch schon so ein bisschen andeuten haben lassen, missmen wir nicht. Ist ja auch so eine KI, die am Anfang schon so das Gefühl hat, okay, es ist eine KI, aber sie wird halt immer seltsamer von ihrem Dasein. Die ist von Anfang an seltsam. Ich fand in diesem, ja, okay, der Punkt geht an dich. Ich fand in diesem Videoclip, wo Loki ankommt, in dieser Warteschlange, wo kein Match ist. Das fand ich auch ganz lustig. Oh ja. Man sieht so diesen Videoclip, wo die Zeit erklärt wird oder Miss Minutes die Zeit erklärt. Fand ich sie eigentlich noch so wie bei Jurassic Park, der, wie haben wir gesagt? Der DNS-Strang. Der DNS-Strang, Mr. DNS oder wie er heißt bei Jurassic Park, hatte schon sehr viele Übereinstimmungen. Ja, nur, dass dieser DNS-Strang mit seiner Großvaterstimme jetzt nicht wirklich was Bedrohliches hatte, sondern einfach nur so einen netten Erklärbär gemacht hat. Aber Miss Minutes, die war halt am Anfang schon so ein bisschen seltsam und wurde von Folge zu Folge ein bisschen boshafter, würde ich sagen. Ja. Also für mich war sie auch als KI vorbei, als sie das erste Mal aus so einem Bildschirm da rausgesprungen ist und irgendwie mitten im Leben stand. Ich dachte mir so, what? Das war in der Szene, wo Loki lernen sollte und sie ihm versucht hat, das zu erklären. Das war, glaube ich, die erste Szene, genau, wo sie dann aus diesem Tempad, ich kann sie mal nicht richtig aussprechen, Tempad, Tempad, mein Gott, Tempad, genau. Das ist, bei mir ist es Ranshaw und bei dir ist es das Tempad. Ja, genau. So der Running Gag. Ja, richtig. Du hast ja immer Ranshaw gesagt, obwohl sie Ranslayer ist. Genau, ja. Gut. Ja, aber da hat es dir ja auch die Stimme von Miss Minutes angetan. Du hast ja schon gesagt, die Synchronstimme von ihr. Das ist Tara Strong. Genau. Und das ist eine bekannte Größe, die hat auch zum Beispiel bei Fallout die KI synchronisiert. Oder auch, ja, nee, das ist halt wirklich eine sehr bekannte Synchronstimme und im Original hat das schon irgendwas für sich. Da liefert es definitiv eine Performance ab. Also im Original, wie gesagt, das klingt von Anfang an creepy und ich finde, sie spricht das auch wirklich so, dass man von Anfang an schon denkt, irgendwas ist da doch. Richtig, richtig, richtig. Das war ja auch lange, lange Zeit so die These oder die Idee von Patrick, dass er gemeint hat, das wäre so letztendlich der Endgegner von der Serie. Ich habe das halt so als Worst-Case-Szenario, weil es die ganze Zeit um die Zeit ging und wir haben spekuliert. Ist es vielleicht eine böse Variante von Loki, damit er die Transformation endgültig ablegt und sich von seiner bösen Seite trennt? Ist es Miss Minutes? Da haben wir halt wirklich alles rausgehauen. Wir haben sogar mal nicht Mephisto erwähnt. Ja, ist richtig. Das ging ja soweit schon, dass ich ja in Folge 5 oder sogar in der letzten Folge gemeint hatte, dass ich das seltsam finde, weil eine KI, ja, ich muss es glaube ich nicht nochmal auftröseln, ja eigentlich, so wie bei uns die KIs, wir haben ja in unseren Handys und auch mit der Alexa, ich darf es nicht zu laut sagen, sonst reagiert sie. Ja. Auch schon zu Hause und die können tausende von Menschen gleichzeitig benutzen. Und hier bei der TVA funktioniert das eben nicht so, wie man halt eine KI kennt. Weil hier haben wir ja dann auch gemerkt, dass sie immer nur an einem Ort irgendwie sein konnte. Und das fand ich auch schon ziemlich komisch. Ja, wir merkten die KI ja schon anhand von der Autokorrektur. Ich sag nur, ich hab meinem Kumpel eine Mail geschrieben, den Whisky wirst du heute brauchen. Autokorrektur macht draus, den Whisky wirst du Hure brauchen. Also die KI sorgt schon dafür, dass wir im Privatleben Probleme haben. Also wundert mich das gar nicht. Aber der springende Punkt ist, dass Miss Minutes hat Ravonna ihr davor so eine Info gegeben und danach ist sie verschwunden. Richtig. Und davor war sie eben bei Kang, beziehungsweise bei Immortus. Und deswegen irgendwie wird diese Bindung zu Immortus beziehungsweise Kang mit ihr dann in der Staffel 2 noch herausgearbeitet werden. Da bin ich mir sehr sicher. Die Sache ist ja die, der Name Kang oder Kang im Englischen wird ja nie wirklich genannt. Also er nennt sich immer mal jener, der bleibt. Also er nennt sich ja nicht wirklich beim Namen. Die ganzen Hinweise, wo wir in der Serie vorkommen, zum Beispiel die Sphinx oder eindeutige Hinweise, dass es R sein soll, macht uns ja schon wieder so weit, dass wir sagen, es ist definitiv R. Aber er nennt sich halt definitiv nie bei seinem Namen. Selbst in der letzten Folge, wo er ja an seinem Pult da sitzt und er wird ja gefragt, wie heißt du? Und er sagt, ja, ich hatte schon viele Namen. Der Eroperer, der Zerstörer, der weiß ich, auch Idiot. Was ja auch wieder so eine Anspielung ist, ne? Genau auf seine Namen. Genau, das ist nur eine Anspielung, aber der Name selber wird halt nie getroppt. Deswegen ist immer noch so eine Sache, ist das wirklich Kang? Oder ist es wieder so, wie wir auch mal am Anfang von der Serie gesagt haben, vielleicht nur eine Variante von Loki? Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, dafür haben sie zu viel gedroppt und auch so, dann hätten sie, glaube ich, wirklich einfach Hiddleston zweimal dahingesetzt. Ja. Weil du musst ja auch Leute abholen, die jetzt vielleicht nicht jedes Detail von den Comics kennen. Ja, ja. Vor allem würdest du jetzt nochmal zurückrufen, errudern, nachdem du das Fass aufgemacht hast. Oh, 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 oh. Der Shitstorm wäre heftig. Wie gesagt, das ist mir nur so, das ist mir so nur in den Kopf gekommen. Ich bin auch eigentlich der Überzeugung, dass es Kang ist, weil er hat ja auch diesen Anzug an, ne? Also dieses typische lila-grün, was er auch in den Comics anhat, aber ja, nicht genau das gleiche Kostüm, aber schon diese Farben, das sind auch schon ein Hinweis, definitiv, dass es Kang ist. Aber dass er halt seinen Namen nicht droppt, das triggert mich irgendwie noch. Ja gut, aber wer weiß, was er da später noch droppt, ne? Das ist jetzt ja auch so der Aufbau für die Filme. Richtig. Wer weiß, was darauf kommt. Genau. Miss Minutes haben wir damit abgehakt, würde ich sagen, würde ich mal auf eigentlich das Duo, was ja am Anfang sehr die Serie getragen hat, kommen. Und das ist Loki und Mobius. Eigentlich ist es doch Mobius und sein Jetski. Ja, richtig. Was ich schade fand, dass er am Schluss sein Jetski nicht fährt, aber wir haben ja noch eine zweite Staffel. Genau, das ist eine zweite Staffel, sechs Folgen, Mobius und sein Jetski. Jetski. Ey, das wäre lustig, wenn sie jetzt in eine Parallelwelt kommen, wo dann Mobius in bester Baywatch-Manier in seinem Jetski ankommt, am besten zum Baywatch-Theme und Loki rettet. Und dann auch mit dem roten Anzug. Ja. Und David Hasselhoff dann im Hintergrund, der war doch eh schon ein MCUL. Passt das. Es wäre so ein schöner Running Gag, wenn egal wo Mobius vorkommt, in den nächsten Staffeln oder so, er einfach immer so einen kleinen Jetski irgendwo im Hintergrund hat. Ja. Aber auch dieser Drop mit diesem Jetski, mit dieser Zeitschrift, dass er halt ziemlich gern Jetski fährt, war ja auch schon so ein Hinweis, was man im Nachhinein dann, wenn man es nochmal schaut, auch schon so einen Hinweis drauf gibt, dass es eine Variante ist, was wir bei den ersten zwei Folgen auch noch nicht so gedacht hatten. Nee, da dachte man auch süßes Ding. War ja auch schon der Hinweis mit diesen Glasrändern, dass er sich da nicht erinnern konnte, schon allein das und das Renslayer auch so ein bisschen traurig ist, wenn sie mit ihm redet. Weil wir wissen nicht, wie viele Varianten von ihm musste sie stutzen oder wie oft musste sie ihm das Gedächtnis löschen, dass Renslayer nicht so böse ist, wie man es vermuten würde, sondern auch, dass die alle irgendwo ihre graue Seite hatten, dass es keinen richtigen Bösewicht war. Also die Serie, Loki hat wirklich bis auf die Hardcore üblen Variationen eigentlich keinen richtig bösen Charakter gehabt, sondern das war ein wirklich interessantes Auslooten der Graustufen. Richtig. Das war ja auch sehr schön, als sie irgendwann dann gesagt hatten, dass auch Loki halt ein Bösewicht ist. Hier, stell dich nicht so als guter Mensch hin, du bist der Bösewicht der Geschichte. Jetzt würde ich, würde mich aber jetzt dort trotzdem noch interessieren, wie ihr das Zusammenspiel gerade hier von Loki und Mobius empfunden habt oder ob ihr da eher so, also ich bin ehrlich, wir hatten ja vorher Falcon and the Winter Soldier, das war ein Buddy-Movie. Ja. Sollte ein Buddy-Movie sein. Sollte ein Buddy-Movie sein und ich fand, dass Loki und Mobius das hier viel besser hinbekommen haben als Falcon and the Winter Soldier. Ja, die haben halt eine bessere Chemie miteinander. Das passt einfach besser. Und sie sind nicht so, sie sind nicht immer einer Meinung. Und generell fand ich es einfach total realistisch, dass Mobius am Anfang meinte, er ist halt ein Loki-Fanboy. Ja, ja. So, ich habe alle Varianten von dir angeguckt. Ich finde dich toll. Und dann macht es auch Sinn, dass er eben viel verlässt, viel, ja, verzeiht. Richtig. Ich finde auch, dass hier gerade dieses Bild von Freundschaft ziemlich stark sich prägt oder auch ein schönes Bild zusammen gibt, weil in einer Freundschaft sagt man sich nicht nur schöne Sachen, sondern man sagt sich auch mal euch zu, das ist scheiße, was du gerade gemacht hast. Ja. Und das sieht man bei den zwei richtig schön, wie die Freundschaft immer mehr zusammenwächst. Und sie sich eigentlich, obwohl sie ja der eine, ich sage mal, die Polizistenrolle hat und der andere der Gefangene ist, wachsen sie trotzdem als Freunde zusammen. Und das fand ich halt auch in Folge 5 so schön, als sie sich dann umarmt hatten. Da ging für mich so ein Herz auf. Also, nennt mich jetzt schnulzig, aber ich fand das schön. Nee, das Lustige war eben, bei Falcon and the Winter Soldier musste erst ein Daniel Brühl, Akabaron Simo dazu kommen, dass da dann wirklich dieses Buddy-Movie-Feeling aufkam. Ich hatte halt wirklich das Gefühl, dass unser Falcon dann selten auf den Input reagiert hat, den der Winter Soldier ihnen gebracht hat und umgekehrt. Also, das war viel eher so nebeneinander hergehen und nicht miteinander arbeiten. Und bei Loki, bei den paar Szenen, die die beiden hatten, und die hatten definitiv weniger Szenen, weil auch weniger Folgen, da hat die Chemie einfach besser gestimmt, da hat die Zusammenarbeit einfach besser gestimmt. Man merkt auch, dass die Darsteller voreinander mehr Respekt haben, dass die sich trotzdem einiges an den Kopf knallen, dass die sich erst mal zusammenraufen mussten. Also, auch das, was bei Falcon and the Winter Soldier eigentlich gegeben war, was man aber nie wirklich ausgespielt hat, wurde hier einfach, sagen wir mal, organischer eingefügt. Ja, da gebe ich dir recht. Ich finde halt auch hier wieder, das hatten wir auch in den anderen Serien ja auch schon erwähnt, dass der Cast von Marvel, also wie sie die Leute raussuchen, eigentlich immer Arsch auf Eimer ist, wenn ich so aussuchen darf. Als ob sie sie dafür anzüchten. Ja, könnte man auch so sagen, aber ich finde halt Owen Wilson als Mobius, das ist ein richtig perfekter Cast, das ist ein richtig schön gecastet. Also, ich könnte mir niemand anderes vorstellen wie Owen Wilson als Mobius, ich finde, das passt wirklich. Genauso wie die Sophia Di Martino als Sylvie, das ist auch so. Oh, ja. Es ist ein richtig schöner Cast und das hat mir schon bei Paul Bettany gefallen, das habe ich auch schon erwähnt. Also, ich finde dafür, also Marvel hat ein richtiges Händchen, so, das wollte ich eigentlich nur so sagen. Man muss dazu aber auch sagen, dass Owen Wilson definitiv sehr viel Buddy-Movie-Erfahrung hat. Ja, natürlich. Dass er vielleicht das dann besser auszuspielen wusste. Nee, ich glaube halt wirklich, dass ein Owen Wilson routinierter ist, dass ein Top-Mittleston auch ein bisschen schauspielerisches Talent mehrt. Ich habe ja dieses gemeinsam unbesiegbar gesehen und er fragt Owen Wilson schon so direkt, hast du auch mal Shakespeare gespielt? Und dann sagt er so, Ben Stiller hat mich das nie gefragt. Ja, richtig. Ist halt echt so. Wiedersehen und gemeinsam eine gute Zeit haben. Ich glaube auch, dass bei Sophia Di Martino, da ist der Funke auch übergesprungen. Oder eben auch bei Rensley, also bei der Darstellerin, die hatte auch richtig Bock, aber auch unsere B-15 hatte richtig Bock. Also die Darsteller. Du merkst ja wirklich, dass bis zum kleinsten Cast-Mitglied, dass die alle definitiv Bock hatten. Und ja, also für mich war das seit Jahren endlich mal wieder das bessere Doctor Who eben von Marvel erzählt. Was mich auch total überrascht hat, weil ich am Anfang dachte, ach mein Gott, diese Zeitreise ist so hirnverbrannt. Und dann hat das am Schluss einfach Sinn ergeben, dass Kang halt ordentlich Scheiße erzählt hat, um die Leute zu manipulieren. Das fand ich so einen schönen Twist. Da war ich aber auch am Anfang super skeptisch, als es hieß, wir fangen an mit dem Multiverse rumzuspielen. Da habe ich so gedacht, oh nein, nicht in sechs Folgen. Wie wollt ihr das denn machen? Vor allem ging mir diese Zeitspringerei bei Endgame wirklich so ein bisschen auf die Nerven. Das war so der Part, den ich so gar nicht bei Endgame mochte. Obwohl ich sonst eigentlich wirklich so ein Faible habe für Zeitreisen. Aber was hat uns Endgame gesagt? Zurück in die Zukunft war scheiße. Ja, toll. Danke. Ja gut, sie haben es halt aufgebaut, dass sie jetzt das Multiverse so machen können. Das war halt schon die Entscheidung. Wir zeigen euch, dass es geht und dann gucken wir mal, was wir draußen machen. Nein, ich fand auch, dass die Loki-Serie, die zeigt jetzt die Auswirkungen, die das gehabt hat, dass die Avengers so willkürlich in der Zeit hin und her gesprungen sind. Das fand ich so einen schönen Nebeneffekt. Sarah, möchtest du noch zu Mopius und Loki? Was sagen Sie uns für dich auf den nächsten Punkt kommen? Da können wir gerne zum nächsten Punkt. Aber ich bin immer noch dafür, Mopius braucht ein Jetski. Das ist echt übereinlich wahre Liebe in dieser Serie. Es tut mir leid. Und mindestens eine Person braucht Kroko-Loki als Haustier. Ja. Das stimmt, das stimmt. Hey, dann bleiben wir direkt bei Kroko-Loki, oder? Wie fandet ihr denn den Auftritt von Kroko-Loki? Ich meine, ich kenne ja sämtliche Comics und so, aber Kroko-Loki ist mir da bisher noch nicht so wirklich aufgefallen. Ich meine, Throck, ja, den gab's, den hätten sie schön verwertet hier in der Serie. Übrigens mit der Synchronstimme von Chris Hamphurt. Also es ist definitiv eine Variante von Chris Hamphurt, dieser Throck, aber Alligator, Gott, Ali-Loki oder Kroko-Loki, ist ja Kroki. Kroki. Kroki, genau. Ich fand das einen schönen, kann man Sidekick sagen? Eigentlich nicht, weil es ja eine selbstständige Figur schon ist, ne? Ne, aber das war echt so ein WTF-Moment. Ja, ja, richtig. Ich hab auch erstmal angehalten, rumgefragt, sag mal, hab ich das als einziger irgendwie voll verpasst, was jetzt in den, also hab ich da im Comic so gar nicht mitbekommen, was ist hier los? Ja, ja, richtig. Nein, das war ja die Reaktion, sogar die Leute in der Folge hat das gewundert. Ja. Ich hab jetzt auch sogar gelesen, in manchen Threads, dass die Marvel-Macher wohl diesen Ali-Loki oder Kroko-Loki, wie haben wir gesagt, Kroki, eingeführt haben, weil sie damit so den nächsten Kroko oder den nächsten Baby-Jota da jetzt involvieren wollten, weil halt, oh süß. Er ist ja auch süß. Ja, erzähl das mal den Kindern, die dann innen streicheln zu wollen und ein Krokodil streicheln wollen, die haben ja den Spaß ihres Lebens. Das geht nur, wenn die noch ganz, ganz klein sind, die Krokodile, dann ist nur der Finger ab. Richtig. Aber Frage an euch, habt ihr das so empfunden, dass das jetzt nur reingemacht ist, dass was süßes dran ist oder verabredet? Ne, ich nämlich auch nicht. Ne, das war eher, um wirklich zu zeigen, heilige Maus, das kann ja echt ja alles werden, also das kann ja sonst wie enden. Genau, das so empfinde ich es nämlich auch, dass es eigentlich nur darstellen sollte, dass es halt zig Varianten von Loki gibt und halt auch solche andere Wesen, wo eigentlich auch Loki sind. Weil wir sehen jetzt zum Beispiel auch in Folge 5 war das, wo ja ein Dutzend Varianten von Loki da standen und einer sogar mit einem Fahrradhelm geweiht. Ja. Oder einer, der aussieht wie so, ich sag mal, Drogendealer und also. Und Bling-Bling-Loki. Bling-Bling-Loki. Oh ja. Genau, und ich denke, dass das einfach nur darstellen sollte, heilig zu, außer unser Vote for President-Loki und Kid-Loki und unser normalen Loki, gibt es halt auch noch andere Varianten, die uns jetzt als Out gedacht haben. Und das fand ich eigentlich ein cooler Move, hat mir schon gut gefallen. Und was ich auch sehr witzig fand, es gab ja in der ersten Folge diese Varianten, die gezeigt wurden. Und die eine Variante war ja einer von denen, die da standen. Genau. Und da habe ich mir auch gedacht so, oh Mist. Richtig, richtig. Und die Varianten, wo sie ja da gezeigt hatten, ich glaube, das war in Folge 2. Da hatten sie ja diesen Rennrad-Loki, der ja dieses gelbe Trikot gewonnen hatte. Dann hatten sie Tour de France-Loki. Ja, Tour de France-Loki, genau. Dann hatten sie eben auch einen so Balrog-mäßigen, also so einen Hulk-Loki, würde ich sagen. Und das waren ja alles schon Lokis, wo gestutzt worden sind, also wo sie ja schon eingefangen hatten, mehr oder weniger. Und dass man dann genau diesen Loki, wie du schon sagst, Sarah, wegen dem ganzen Loki, Entschuldigung, Sarah, wie du schon sagst, Sarah, ja dann später auch bei Folge 5 nochmal sieht. Das fand ich auch ganz lustig. In der Serie stecken mehr Details, als man es am Anfang wahrhaben will. Das fand ich auch schön, vor allem, dass man uns wirklich so einen roten Hering hingelegt hat und wir erst mal dachten, dass alle Varianten von Tom Hiddleston dargestellt werden. Ja, genau. Umso schockierender war es dann, als wir mit Sophia Di Martino auf einmal eine weibliche Loki hatten. Ja, da hatte ich einen positiven Spoiler auf Twitter damals gesehen. Sie hat nämlich ihr Kostüm gepostet, weil sie gezeigt hatte, also sie füttert noch ihr Kind und gibt ihm noch die Brust und die haben ihr Kostüm komplett so gemacht, dass sie das innerhalb von zwei Sekunden oder so komplett aufmachen kann. Mhm, genau. Die kam unter den Achseln, da ist so ein Reißverschluss. Richtig cool. Und dann kann sie dem Kind die Brust geben, also der hat das dann immer in den Pausen gefüttert. Ja, fand ich voll cool, aber sie hat halt dieses Bild gepostet und ich war so, hm, das sieht irgendwie aus wie ein Loki-Kostüm. Ja, vor allem, weil es ja auch diese, ich sag mal, Verschnörkelung auf dem Leder hat, das ja ziemlich nah aus dem ersten Thor-Film, also Lokis Kostüm nachempfunden ist. Ja, genau. Beziehungsweise, wenn man das Kostüm genau anschaut von Sylvie, dann gehen wir ja direkt auf den Charakter Sylvie, ist ja mehr oder weniger aus mehreren Varianten zusammengeklaut. Sie hat diese Krone von, ja, von Loki aus der Dings-Variante, wo die Enchantress dann später draus wird. Dann hat sie den Umhang, glaube ich, aus einem anderen Universum und dann letztendlich aber diesen, wie sagt man, diesen Brustkörper, äh, diesen Brustpanzer. Ja. Dann aus dem ersten... Hanisch. Hanisch, genau, das Wort habe ich gesucht. Den hat sie aus dem ersten Thor-Film, also von Loki, fand ich sehr interessant. Ich fand halt das Detail an den Hörnern lustig, dass Einhorn gefehlt hat, also der weibliche Loki hatte sich definitiv eins der Hörner abgestoßen. Das hätte es auch deuten können, richtig. Genau, ja, wir sind bei Sylvie, also ich würde dann euch noch fragen, wie ihr denn die Entwicklung von Sylvie in dieser Serie oder in dieser Staffel empfunden hattet. Weil wir wissen ja, Loki, das haben wir ja in diesem Recap schön rausgearbeitet, dass er schöne, ja, schöne Entwicklung macht von diesem wirklich Bösewicht am Anfang, weil er ist ja praktisch der Bösewicht aus Avengers 1, der dann aber in kürzester Zeit ja zu einem geläuterten Loki und einem Loki, der schon ein bisschen wie, wie halt in Folge 5, wenn man die anderen Lokis sieht, die dann halt sich gegenseitig verraten. Ich bin König, nein, ich, und dann alle drauf, dann aber schon zurückhaltend ist und sich denkt, was machten wir hier eigentlich, das ist doch Quatsch. Na, er facepalmt, richtig. Die Sache ist, die, wir wissen nicht, ob das innerhalb kürzester Zeit ist, es ist die TVA, die Zeit spielt ein bisschen verrückt. Loki sagt selber, er weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber in einer gefühlten kurzen Zeitspanne macht er sehr glaubwürdig die Heldenreise durch. Und dem in Kontrast steht die Entwicklung von Sylvie, nettes Detail, dass sie sich mit dem Namen Sylvie nochmal zusätzlich emanzipiert, also, dass sie nicht nur darauf reduziert wird, dass sie ein weiblicher Loki ist. Genau. Und Loki wegzustoßen und in ein anderes Portal zu werfen. Bist du dir da sicher? Da hatte ich das Gefühl, das war das erste Mal, dass sie wirklich was gespürt hatte und es auch so ein bisschen bereut hat? Ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass sie was gespürt hat, als die beiden mit dem Umhang da saßen und sie mal nicht ihr dauerabgefucktes Gesicht hatte, sondern so ein bisschen lockerer wurde. Ich bin da ein bisschen mehr bei Sarah, muss ich dir zugeben, weil ich finde auch, ja, sie hat zwar diese Rache, Zwang oder Drang, dass sie halt sich rächen will für das, was sie angetan ist. Aber die Connection oder die Liebe zu Loki, auch wenn sie erstmal platonisch ist, also erstmal oberflächlich, scheint aber doch bei ihr sich mehr oder weniger oder nach der Zeit, die sie halt zusammen verbracht haben, immer mehr festigt. Ich finde, das sieht man stark in der letzten oder vorletzten Einstellung, als sie denjenigen, der bleibt, ja getötet hat und dann praktisch zu Boden sagt, so als wollte sie sagen, verdammt, was habe ich getan? Weil sie sieht ja noch nicht, was sie getan hat, was sie damit bewirkt hat, aber sie merkt halt, sie hat jetzt gerade denjenigen, der ihr die ganze Zeit beigestanden hat oder ihr geholfen hat, hat sie jetzt von sich gestoßen und merkt halt, dass es ein Fehler war. Also so deute ich das. Nee, ich hab halt die Befürchtung, sie hat ja dann ganz skeptisch gefragt nach dieser Szene mit dem Umhang. Was ist, wenn du mich verrätst und in dem Moment, wo er zwischen sie und Ken gegangen ist, hatte sie das Gefühl, dass er sie verraten hat und deswegen hat sie dann zurückgeschlagen, weil sie kam sich in dem Moment wirklich verarscht vor von der Person. Das mag wohl sein, da stimme ich dir auch zu. Aber du warst mit Sicherheit ja auch schon mal verliebt in deinem Leben und wenn du dann einen Korb bekommen hast, warst sie ja auch bedrückt und hast dann erstmal alles so, scheiß drauf, mach ich jetzt anders und so. Aber letztendlich hast du ja trotzdem noch Gefühle für die Person gehabt. Und ich denke, an dem Punkt ist Sylvie gerade. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass sie, also meine persönliche Interpretation war, dass sie Loki versucht hat in Sicherheit zu bringen. Durch das Wegstoßen, weil Kang meinte ja, keiner weiß, was hier jetzt passiert, wenn ich sterbe. Und es fing ja auch schon an zu wackeln und irgendwie war das alles so ein bisschen unsicher. Und ich hatte das eher interpretiert als, okay, ich mag dich, ich knutsch dich, ich schmeiß dich mal dahin, wo ich weiß, dass es relativ sicher ist. Ja, nur halt zur falschen Zeit. Zur falschen Zeit und irgendwie, sie war halt gestresst. Aus Versehen in eine Welt, wo Kang dann reagiert. Aus Versehen. Ich weiß ja nicht, also ich glaube ehrlich gesagt, es wäre fast egal, wo sie ihn hingeschmissen hätte. Ich glaube, Kang wäre überall gewesen. Wenn, weißt du, wenn du die Person am Ende der Zeit tötest, ich glaube, dann wäre es egal gewesen, wo sie ihn hingeschmissen hätte. Irgendeine Version von Kang wäre da gewesen. Das wusste sie halt nicht. Das hat sie ja nicht geglaubt. Aber ich glaube, es wäre egal, was sie gemacht hätte. Also wir müssen, also wir müssen einfach Staffel 2 abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich bin echt bei dem Punkt, dass sie trotzdem Gefühle für Loki hat. Das habe ich auch nicht abgestritten. Nö, das sage ich auch nicht. Alles gut. Aber sie hat halt so ein bisschen immer wieder manipuliert. Und nachdem Loki sie hintergangen hat, ist in diesen alten Mechanismus zurückgefallen. Das glaube ich halt. Mag schon sein. Vielleicht steckt von beiden so ein bisschen was drin, dass sie ihn schützen wollte und gleichzeitig aber auch schon ein bisschen angefressen war von seiner. Nee, lass uns erst mal drüber nachdenken, weil sie auf Rache aus war. Du musst denken, hätten wir hier den Loki, den wir am Anfang der Folge gesehen hätten, die wären wahrscheinlich sadistisch lächelnd in die Apokalypse gegangen. Hand in Hand. Ja. Also Sylvie abgehakt, würde ich sagen. Okay, dann machen wir mal mit Renslayer weiter. Wie fandet ihr das Auftreten am Anfang von Renslayer und dann am Schluss, wo sich so ein bisschen kristallisiert, dass sie auch nicht alles weiß? Also praktisch ihre Entwicklung in dieser Staffel. Sarah, was denkst du? Jetzt, nachdem ich auch die erste Folge nochmal geguckt habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht zwischendurch eine kleine Zeitreise gemacht hat. Weil am Anfang wirkt sie echt noch so unschuldig. Also sie ist zwar die Chefin der TVA und so, aber sie wirkt noch nicht wie jemand, der diese Zweifel in sich trägt und der weiß, was zum Beispiel mit allen passiert, die da jetzt hier weggeschossen werden. Also psychisch halt stark präsent, kann man schon sagen. Also sie ist jetzt nicht so, dass man sie leicht einschüchtern kann, sondern sie ist schon sehr präsent in ihrer Rolle als oberster Gerichts, wie sagt man, Gericht? Ja genau, als Richterin. Also sie ist wirklich noch diese Rolle der Richterin. Und ich finde erst so im, ja, so ab der vierten Folge würde ich fast tippen, vierte, fünfte Folge, ist dann plötzlich so ein Switch. Also das ist wirklich wie umgeschaltet. Und dann ist sie Chefin der TVA, die auch plötzlich so ein bisschen andeutet, dass sie mehr weiß. Du meinst jetzt den Vorfall in der Halle von den Zeithütern, wo der Kopf abgeschlagen wird und sie dann eigentlich bemerkt, dass die Zeithüter eigentlich nur ein Schein waren und sie dann gemerkt hat, oder meinst sie wusste es? Weil ich finde zum Beispiel, es gab in der zweiten Folge oder dritten Folge eine Szene, wo sie ja geladen wurde zu den Zeithütern und dann hat man ihr diese Nervosität und diese Angst vor diesen drei Personen angemerkt. Und in der vierten Folge, wo sie dann sieht, dass das Roboter waren oder Androiden, dann gemerkt hat, dass vielleicht doch noch mehr hinten dran steckt. Meinst du die Szene? Ja und auch, ich finde ihr generelles Gebaren, wie sie Leute wegzappt, das ändert sich so ein bisschen. Am Anfang nimmt sie das noch voll ernst und wenn sie Mobius wegzappt, dann weißt du einfach, okay, es kann halt nicht der Tod sein. Das würde sie halt nicht tun, aber ich glaube nicht, dass sie es in der ersten Folge getan hätte. Ich habe das Gefühl, sie hat zwischendurch was erfahren. Das ist so mein Gefühl gewesen. Ich denke, Renslayer, das ist die Person, die in Staffel 2 nach einer Rückblendenfolge schreit. Nicht nur wegen der Connection zu Mobius, ich denke wirklich, dass in der Zeit, wie Sarah gesagt hat, wirklich einiges passiert ist. Also die Fassade bei ihr bröckelt und die Darstellerin, die bringt das wirklich gut rüber, dass die das echt mit wenigen Mitteln, als sie da Mobius stutzt, dann merkst du, dass in ihr was stirbt. Ja. Also es tut ihr richtig leid und dass sie ähnliche Spielchen hat mit Mobius wie Mobius mit Loki, dass die sich alle irgendwie mögen und durch die Position, in denen sie gefangen sind, trotzdem dann so handeln, wie sie handeln müssen. Und dass es denen dann teilweise leid tut. Du merkst bei echt einigen Personen, dass da was anfängt zu bröckeln. Was ich halt spannend finde und das wird halt definitiv in der zweiten Staffel hoffentlich, also nicht definitiv, sondern eher hoffentlich, auch aufgeklärt. Sie kriegt ja in der letzten Folge eine Datei von jenen, der bleibt. Also Miss Minutes sagt sie, er möchte, dass du eher das liest als die Vergangenheit von der TVA. Okay. Man erfährt aber nicht, was sie bekommt. Und daraufhin verschwindet sie ja dann durch dieses Portal und sieht dann letztendlich nichts mehr von ihr in dieser Staffel. Und da finde ich das echt wirklich interessant, wo es dann da weitergeht. Weil sie hat jetzt irgendwas erfahren von ihm, wo wir noch nicht wissen, aber sie halt definitiv dieser Sache nachgehen will. Und auch da ist dann auch wieder so ein Umlenken, sag ich mal, auf, wie ihr schon sagt, diese Veränderung von ihr. Weil am Anfang ist sie wirklich noch dieser zaghafte Zurückhalter, nee, den stutze ich nicht gleich. Und irgendwann ist sie so. Stutzen, stutzen. Ja, schon fast kaltblütig, so egal, pfft, egal, pfft. Ich würde eher sagen, sie ist das verwundete Tier, das dann wird um sich beißt. Ja, sie weiß nicht so ganz, wo sie hin soll, ne? Und ich bin echt gespannt, was sie da von dieser Miss Minutes gezeigt gekriegt hat. Ja, genau. Aber wir haben hier da echt den Kontrast zu B-15, für die das ein Segen ist, dass sie dann von ihrer Bestimmung gefreit ist. Die ist ja richtig froh, dass sie von ihrer Vergangenheit erfahren hat. Und entsprechend ist sie losgelöster als am Anfang, wo Luki sie noch so richtig schön vorführt. Also ja, ich fand das auch ein sehr schönes Zeigen, wie verschiedene Menschen mit solchen gravierenden Veränderungen umgehen. Weil sie haben ja beide eigentlich das Gleiche gelernt, nämlich, dass sie gegen die Regeln verstoßen haben. Ja, man sieht es auch ein bisschen an der Reaktion von C-20, die ja dann sagt, es hat sich echt angefühlt. Oder genaue Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr. Aber sie war ja dann wie in so einer Psychose oder so geschockt, ist vielleicht das bessere Wort. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Ich war wieder in meiner Vergangenheit und so. Und B-15, die ist halt echt so, ist eine coole Socke, kann man einfach nicht anders sagen. Die ist echt eine coole Socke und die erfährt, dass es eigentlich eine Variante ist und geht damit ganz anders um als jetzt zum Beispiel C-20. Und versucht aber dann, das Beste draus zu machen und halt dann auch dagegen vorzugehen. Und das hat mir bei B-15 richtig gut gefallen. Das meine ich. Da haben auch viel die Dialoge zu beigetragen, dass du das, was du nicht zeigen konntest, dann über die Dialoge und über das Schauspiel, wirklich super vermittelt bekommen hast. Und trotzdem ist da immer so ein gewisser Interpretationsspielraum geblieben. Es wurde nie klar ausgesprochen. Aber für uns, dankbar mit den Recaps, wir konnten da richtig schön viel reininterpretieren. Ja, definitiv. Auf jeden Fall, ja. So, dann möchte ich zu diesem Cameo, den ich ja sehr schön fand, von Richard E. Grant kommen. Richard E. Grant als Klassik-Loki. Fand ich ja nach dieser End-Credit-Szene oder Post-Credit-Szene, wie man es auch nennt, sehr schön, dass man die vier Varianten von Loki, unter anderem halt auch Richard E. Grant sieht. Und er hat ja noch eine wichtige Rolle letztendlich in dieser Staffel. Er hilft ja Sylvie und Loki, Alive zu besiegen, indem er dieses Wesen halt ablenkt. Und das fand ich auch so richtig schön, da hat er so richtig seine kleine Charakterreise hinter sich. Er hat ja am Anfang gesagt, wie hast du überlebt? Ich habe mich immer versteckt und meine Magie benutzt und trainiert. Und am Ende opfert er sich halt, indem er seine Magie nutzt, aber er opfert sich bewusst. Er versteckt sich nicht mehr. Das fand ich so süß. Das war so, oh, er tut es. Ich fand das halt auch einen schönen Move, dass man das Finale eine Folge vorverlegt hatte, dass man dann im Finale nicht unbedingt dann so diesen Mavi-Bombast hatte, sondern eine Folge vorher. Und ach, wie er sich da opfert und seine Bestimmung an erkennt. Ja. Das war echt so ein tragischer Moment. Mir hat es in dem Moment auch direkt leid getan, dass wir den nicht mehr sehen werden. Ja, richtig. Das fand ich auch schade, weil man ja schon, waren ja nur zwei Folgen lang zu sehen. Ne, doch, zwei Folgen lang zu sehen. Zwei Folgen ist großzügig ausgelegt. Eine Mini-After-Credit-Scene und dann ist es eigentlich nur eine Folge. Ja, okay. Dann war es nur eine Folge. Aber er hat in dieser einen Folge eine richtig schöne Entwicklung gehabt. Von diesem, ich würde schon fast sagen, Crumpy-Loki. Weil er war ja schon so ein bisschen... Zynischer. Ich bin zu alt, aber genau. Und dann am Schluss wirklich sich opfert dafür, dass Loki und Sylvie das erreichen, was sie vorhaben. Oder auch, ja, auch er wird ja praktisch geläutert und gezeigt, dass es noch mehr gibt, außer sich immer nur zu verstecken. Und das fand ich schön. Das hat mir echt gut gefallen. Das war echt schön. Oh, aber ich sehe hier gerade, Richard E. Grant ist ein alter Dr. Who-Veteran. Haha. Also, uh. Da schlagen wir wieder die Brücke zu Dr. Who. Was ich auch sehr schön fand. Ja, das hat schon das Theremin im Intro gemacht. Oh ja. Ich fand auch generell den Soundtrack, dieses Mysteriöse der Serie, super unterstützt. Ich hab nach der Serie mal da gesessen und hab mir den Soundtrack angehört. Da sind definitiv die Stellen wieder teilweise in Verbindung gekommen. Das hatte ich davor sonst eher nur beim Avengers-Soundtrack oder bei Guardians of the Galaxy 1 und 2, wo ich den Soundtrack auch so passend fand. Das fand ich auch immer sehr schön beim Opening. Am Anfang hab ich immer gedacht, die Buchstaben sind einfach schön, wie sie da bunt hin und her flackern. Und irgendwann hab ich mir gedacht, ah, jeder Buchstabe eine Variante. Okay, ich verstehe auch, was ihr anspielt. Ja, wo Sam halt verwöhnt von Wonder Vision gemeint hat, irgendwie hätten sie da mehr aus dem Intro machen können. Das hätten sie mehr variieren können. Aber ich fand's in seiner schlichten Einfachheit halt auch irgendwie klasse. Ich hab ja nie gesagt, dass ich scheiße finde oder schlecht finde. Ich fand's halt nur, also soundtechnisch oder auch der Score oder sowas, da geb ich euch vollkommen recht, euch beiden. Also ja, das war faszinierend und gleichzeitig so schön integriert in die Serie. Und auch die Wechsel von den Buchstaben, das hab ich alles verstanden, da ist natürlich das Problem. Aber ich fand's halt irgendwie nach der zweiten oder dritten Folge irgendwie so, meh, okay, schon wieder die gleichen Zeichen. Ich hätt mir ein bisschen mehr Varianten gewünscht. Du hättest auch am liebsten so wieder so Loki all along oder irgendwie sowas in der Richtung gern gehört. Ja, das, aber das fand ich gerade in seiner Schlichtheit echt angenehm, weil es ist zwar schlicht und kurz, aber du kannst halt trotzdem nach jeder Folge mit deinem Wissen was Neues hineininterpretieren. Ja, okay. Vor allem ist das mal nicht so ein ewig langes Serien-Intro, dass du dann überspringst, sondern da sagst du, ja, okay. Guck ich mir an. Genau. Dann haben wir mal endlich Zeit für die Serie. Das stimmt. Ja, die Zeit hat sich dann im Abspann genommen, dass es da Marvel-typisch nicht im Intro rausballert. Obwohl ich auch sagen muss, der Abspann war so schön. Auch immer mit diesen unterschiedlichen am Anfang. Ich glaub, die ersten, auch die ersten drei Folgen immer mit diesen Teramin am Schluss. Nee, Quatsch, die ersten zwei war das Teramin. Ab der dritten, wo ja der Planet zusammenbricht, dann kam ja dieses Lied, was ich ja auch extra rausgesucht hatte. Damals auch den Songtext mir auch extra rausgesucht hatte. Der wie Arsch auf einmal gepasst hat. Ja, der hat richtig gut gepasst. Ich erinnere, nee, oder wo Tom Hiddlest dann auf einmal dargestanden hat und gesungen hat und dann das Glas auf den Boden geschmissen hat und gesagt hat, noch eins. War auch eine gute Szene. Gut, jener, der bleibt, haben wir ja mehr oder weniger schon abgehandelt. Also große Entwicklungen hat er ja nicht gemacht. Wir haben ja nur eine Folge gesehen. Oh, er ist immerhin gestorben. Ja, genau. Aber der Patrick hatte bei dem Recap eine schöne Andeutung gemacht, weil er ja so lässig und sich so schabernack und lustig gibt. Und nicht schon dieser verbitterte Immortus, wie wir ihn halt schon kennen ist, sondern immer noch halt diese Variante, wo er halt noch glücklich oder nett ist in diesem Sinne. Vor allem ist jeder, der bleibt in den Comics, das ist einfach nur ein alter Sack, der quasi die TVA gegründet hat. Und ich denke, dass Immortus, der hat damals als Kang diese Villa von jenen, die bleibt, gestürmt und hat dann einiges an Statuen umgeschmissen einfach, um sich da häuslich einzurichten. Und wahrscheinlich hat er dann vor der KI, also vor Miss Minutes, dann gesagt, ach ja, übrigens, ich bin jetzt der, der bleibt. Und deswegen hat sie den wahrscheinlich eingeschüchtert, hat angefangen, so zu nennen. Ja, wie kannst du eine KI einschicken? Die Frage ist ja wirklich, ist sie eine KI oder ist sie ein etwas, was schon immer da war? Oder ist sie etwas, was von Kang erzeugt wurde? Das sind aber noch andere Fragen. Ja, so was habe ich ja, so eine Idee habe ich ja auch genannt. Aber wo wir schon gehört haben, dass Tom Hiddleston jetzt Luki den Rest seines Lebens spielen wird, vielleicht wird sich das in einer der nächsten Staffeln aufklären, weil ich glaube, zwei, drei Staffeln kriegen wir noch mindestens. Und da haben sie auch Zeit, solche Fragen zu ergründen. Ich meine, sie haben ja alle Türen offen. Sie können ja im Prinzip in der Zeit hin und her springen, wie sie wollen und letztendlich, wie du schon sagst, vier, fünf Staffeln rausbringen. Man kann vor Black Panther ansetzen, man kann vor Civil War ansetzen. Vor allem habe ich vor dieser Serie nicht gedacht, dass Tom Hiddleston noch mit einem anderen so eine krasse Chemie hat, wie mit Chris Hemsworth. Und hier haben wir direkt so zwei Konterparts bekommen mit Sylvie und mit Mobius, wo er eine ähnlich coole Chemie hat. Also die Serie hat das schon richtig erkannt, dass Tom Hiddleston alleine, da würde der Jack Sparrow-Effekt auftreten. Deswegen braucht er immer jemanden, der im Kontra gibt, quasi so seine Marcy Darcy ist. Ja, richtig. Gut, an der Stelle würde ich, weil ich habe gerade auf die Uhr geguckt, ich bin schon ziemlich weit. Ich würde gern von euch wissen, wie ihr denn jetzt die Staffel 2, also wie ihr denkt, wie es denn weitergehen könnte in Staffel 2. Also praktisch so ein bisschen Zukunftsspielereien, so Gedankenspiele von mir aus zu einzelnen Personen oder im Allgemeinen. Sarah, wie siehst du denn die Zukunft von Staffel 2 beziehungsweise wie wird es weitergehen? Wo setzt Staffel 2 an? Ich gucke mal schnell auf meinen Tempad und ich sage voraus, die Staffel 2 wird nicht direkt an Staffel 1 anknüpfen. Ich glaube nämlich, dass die Filme, die jetzt zwischendurch aufkommen, dass die so ein bisschen den Grundstein legen werden für das, was dann in Staffel 2 passiert. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das, was wir jetzt aufgebaut haben, in den Filmen einen Impact haben wird. Ich glaube, wir werden Renssler ja beim Kang-Film sehen und wir werden Loki, okay, Multiverse of Madness ist ja confirmed, da sehen. Wie geht es dann weiter? Also das wird sich jetzt ein bisschen entwickeln. Und entweder sehen wir dann eine Staffel 2, die ein bisschen uninspiriert einfach wieder Loki durch verschiedene Multiversums hin und her schickt. Das fände ich schade. Oder wir sehen eine ziemlich coole zweite Staffel, die nochmal ein paar offene Fragen aufgreift aus den Filmen dann wahrscheinlich. Und nochmal so eine entweder Origin-Story für einen neuen Bösewicht ist oder Mobius endlich sein Jetski gibt. Und vor allem Kroko-Loki braucht mindestens nochmal einen Karten. Ja, der kriegt eine ganze Folge. Ja. Unbedingt. Also du meinst, es setzt dann, also Staffel 2 setzt dann mehr oder weniger nach Phase 4 an. Ja, ich glaube schon. Okay. Patrick, was meinst du? Ich glaube halt auch, dass diese Multiversum-Sache die Zeitlinie Loki ähnlich durcheinanderwerfen wird, wie uns auf einmal der Switch von Freitag auf Mittwoch für die Marvel-Serie. Mhm. Dass das Loki mindestens genauso durchrütteln wird, wie uns die Mittwochsveröffentlichung. Das glaube ich mal mindestens, dass wir, dass jetzt vor allem What-If das Multiversum als so richtig schön durchgeknallt einführen wird, das quasi gezeigt wird, da kann alles passieren. Auf der anderen Seite finde ich die Multiversum-Sache so faszinierend, wie ich das finde. Ist es halt auch gefährlich, weil dann totgeglaubte nicht unbedingt tot bleiben müssen und dass das vielleicht dann so ein bisschen den Wert mildert oder die Tragik vielleicht töten könnte. Also da müssen sie wirklich einen ziemlichen Balanceakt leisten, dass das auch weiterhin so ein bisschen so eine Dynamik hat und so ein bisschen so etwas bittersüßes, hat so eine bittersüße Note. Wie es auch die erste Staffel von Loki hatte oder eben wie es Guardians of the Galaxy und manche tragische Schicksale im MCU hatten. Dass das auch weiterhin bleibt und dass das nicht zu durchknallt wird. Okay. Also ich finde die Idee, weil das hatte ich jetzt noch nicht zu überlegen, dass nach Phase 4 die zweite Staffel praktisch ansetzt, also habe ich noch nicht bedacht, könnte aber auch gut funktionieren. Was meine Befürchtung so ein bisschen ist, ist, dass sie dadurch, dass sie jetzt ja diese Multiversum eröffnet haben oder geöffnet haben, dass sie durchaus mal einen Captain America Film rausbringen können mit einer anderen Variante. Also dass es nicht mehr Chris Evans macht, sondern Brad Pitt, keine Ahnung, irgendjemand halt. Das war ein Beispiel. Oder dass nochmal ein Thor-Film rauskommt, aber halt nicht mehr mit Robert Downey Jr., sondern halt, schlag mich tot, irgendjemand halt. Thor-Film mit Robert Downey Jr.? Iron Man. Ja. Habe ich ein Thor? Iron Man. Aber Thor mit Robert Downey Jr. als Thor würde ich mir vielleicht sogar angucken, einfach weil es witzig wäre. Ja, aber ihr versteht mein Prinzip, was ich damit meine. Ich finde, Marvel hat sich damit jetzt eine Schublade aufgemacht, wo sie in allen Richtungen gehen kann. Sie braucht nicht mehr sich vertraglich mit bestimmten Schauspielern auseinandersetzen. Die können sagen euch zu, wir wollen dich für, sagen wir mal, erst mal zwei Filme. Und wenn das mit dir funktioniert, dann können wir immer noch gucken, ob noch ein zweiter oder ein dritter, äh, dritter oder vierter dazu kommt. Oder wir sagen, nach dem ersten hat es nicht funktioniert, dann suchen wir uns den nächsten. Variante B. Nee, das meinte ich, da schon allein die Szene mit der Schublade und den Infinity-Steinen als Briefbeschwerer, die hat gezeigt, wie schnell kannst du ein tragisches Element, das das MCU über Jahre geprägt hat, auf einmal ins Lächerliche ziehen. Die Gefahr besteht durch die Multiversen total. Ja, ja, richtig. Ja, andererseits haben sie es auch schon so ein bisschen angeteasert seit, ich weiß nicht, ganz am Anfang schon irgendwo. Also ich fand, dass sie das Multiversen kommen, fand ich immer, das habe ich irgendwie erwartet. Die Frage war nur, wann und wie. Aber es macht halt dann durchaus dann wieder Sinn, warum dann dieses Gerücht, dass diese drei Spider-Mans sich jetzt wieder vereinigen irgendwie, macht ja jetzt dann wieder so ein bisschen, na, wie kann man das so? Es ist halt jetzt alles möglich, ne? Ja, eben, es ist alles möglich. Also die können jetzt alles irgendwie für argumentieren. Die könnten theoretisch Black Widow in einem Zweierfilm mit, ich weiß nicht, Ant-Man auftreten lassen und sagen, ja, das macht halt voll Sinn, weil Varianten. Richtig. Oder die könnten jetzt auch wieder die Agents of S.H.I.E.L.D. Staffeln reinholen und sagen, neues Verhalten, eine andere Variante. Das ist ein anderes Universum. Ja. Oder Baywatch of the Galaxy, also dass dann Mobius im All mit dem Jet-Ski fährt. Oh, bitte, ja. Das wäre super, ja. So in bester Baywatch-Manier, hä? Richtig. Nen gut. Statt den Nova-Corps, dass es dann so eine Jet-Ski-Einheit ist. So, ihr Lieben, ich schaue mal wieder auf die Uhr. Wir sind so ziemlich am Ende. Wenn jetzt keiner mehr einen großen Punkt hätte, der, oder der ja hier jetzt noch erwähnen möchte, würde ich auf Fazit und Bewertung kommen. Habt ihr noch einen Punkt? Und ich bleibe dabei, gib Mobius einen Jet-Ski. Das ist mein einziger Punkt. Da bin ich völlig bei dir. Gib Mobius einen Jet-Ski und gibt Tom Hiddleston weiterhin die Möglichkeit, die Facetten von seinem Charakter zu ergründen. Oh ja. Wir haben in der Serie Luki gesehen. Der kann seinen Charakter definitiv noch ergründen. Nicht nur, weil er ein demaliger Shakespeare-Darsteller ist, der das Ganze echt gekonnt wie ein Klavierspieler runterspielen kann. Und auf Sekundenbruchteil, äh, im Sekundenbruchteil dann runtertackt kann. Ich bin jetzt böse, ich bin jetzt betroffen, ich bin jetzt lustig. Also, der spielt die Facetten alle aus. Also, solange das unverbraucht wird, soll er das spielen dürfen. Bin ich auch der Meinung. Bin ich voll bei dir. Definitiv. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Fazit und Bewertung. Kleines Fazit vorne raus oder hinten dran. Wenn ihr das jetzt hier wollt. Und der Bewertung würde ich sagen, verteilen wir hier Jet-Ski für Mobius. Ja! Null bis fünf dürft ihr verteilen. Und ich würde sagen, wir machen es wie immer. Wir fangen mit dem Gast an, liebe Sarah. Dann darf ich dich bitten. Kleines Fazit und Bewertung. Ja, ich war super begeistert von der Serie. Die Folgen sind kurzweilig, ziehen sich nicht in die Länge. Man hat aber auch genug, ich sag mal, Marvel-Insider, dass man auch mal ein bisschen grinsen kann oder sehr verwirrt sein kann, warum man Koko-Loki noch nie vorher gehört hat. Alles in allem gebe ich der Serie 4,5 von 5 Jet-Ski. Es ist ein Baby-Jet-Ski dabei. Okay. Das ist die Rettungsboje von... Genau. Patrick! Oder quasi die Tür der Titanik. Ja. Schwierig. So, Patrick, du darfst. Ich war von Folge zu Folge irgendwie von der Serie mehr angetan. Wo wir sonst immer bei der finalen Folge sauer waren, gemeckert haben und gesagt haben, meine Fresse, den Erklärer hättet ihr nicht auspacken müssen. Oder ihr habt unsere Erwartungen so enttäuscht. Ist Luki eigentlich mal den umgekehrten Weg gegangen. Ich bin gespannt, was Staffel 2 bringen wird. Ich hoffe, dass der Abgang von der Showrunnerin Kate Herron das Ganze nicht negativ beeinflussen wird. Dass die zweite Staffel nicht so sehr in konventionelle Zeitreisen abdriften wird, sondern wirklich, dass man da auch weiter in diesen philosophischen Weg gehen wird. Und dass wir die Multiversen auch mysteriös halten und dass die zwar erforscht werden, aber nicht komplett überhand gewinnen, sondern auch so schöne Einzelfilme wie Winter Soldier noch zu sehen kriegen. Also, dass das Multiversum nicht alles dominiert. Also, ich gebe 3,75 Jetskis. Okay. Ich mache es kurz. Ich gebe 4,5, weil ich war sehr angetan von der Staffel bzw. von der Serie allgemein. Die hatte immer eine Konstante. Also, sie war nie so wie bei WandaVision oder auch bei, wie du schon sagst, Falcon and the Winter Soldier, dass es da mal eine Folge gab, die war schwach oder schwächer oder eine, wo stärker war es. Sondern sie hatte eine richtig schöne Konstante. Sie war immer gleichmäßig spannend und man hatte immer was zu entdecken und auch immer seinen Spaß. Also, die hat einem richtig, man hatte definitiv, das muss ich auch hier jetzt sagen, immer Bock eine Woche zu warten. Also, nicht andersrum. Man hatte keinen Bock, immer eine Woche zu warten, aber man hatte Bock, die nächste Folge zu sehen. So, das wollte ich damit sagen. Vor allem, wir hatten dann auch Bock. Und danke an alle Gäste, die mit uns teilweise um 0.30 Uhr die Podcasts gemacht haben. Wir hatten auch um 0.30 Uhr noch total Bock, das auseinanderzunehmen bzw. das Ganze noch philosophisch auszudiskutieren. Und wäre die Serie der Hinsicht enttäuschend gewesen, ich denke nicht, dass das halb so viel Spaß gemacht hätte. Von daher auch danke an alle Gäste, die uns da unterstützt haben bei dem durcheinandergewürfelten Zeitplan. Genau. Dann verweise ich noch schnell auf unsere Shownotes. Da haben wir nämlich unter anderem einen Buy-Me-A-Coffee-Link und einen Paypal-Link. Da könnt ihr uns eine kleine Spende zukommen lassen. Das tut uns allen sehr gut, da wir ein selbstfinanzierender Podcast sind. Und wir praktisch alles aus eigener Tasche zahlen. Und wenn wir da eine kleine Unterstützung haben, können wir natürlich solche Projekte immer besser und auch schneller und auch größer natürlich verwirklichen. Dann haben wir in unseren Shownotes natürlich auch Social-Media-Links. Da findet ihr dann, weiß ich, Instagram, Twitter, genau. Da könnt ihr uns kontaktieren. Wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar oder jede Nachricht. Denn über eure Nachrichten können wir uns nur verbessern. Und da sind wir natürlich auch sehr freudig drüber, wenn da was reinkommt. Genau. Vor allem, ich verweise nur mal auf den Moment, als bei Falcon and the Winter Soldier einer unserer Hörer dann auch auf einmal zu Gast war. Also manchmal bringt es was. Genau, auch das ist möglich, genau. Gut, dann möchte ich mich verabschieden von Sarah. Vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst in unserem Abschlusscast zu Loki. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann mal in einem anderen Recap wiederhören oder auch in einer anderen Besprechung beim Telestammtisch. Danke, danke. Danke, dass ich auch dabei sein durfte. Danke. Ja, natürlich, jederzeit wieder. Ich würde sagen, wir hören uns dann spätestens am 11. oder am 12.8., wo es dann mit What If weitergeht. Genau, so ist das. Und ich wünsche dann allen Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt an dieser Stelle noch eine wunderschöne gute Nacht, einen wunderschönen guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag, je nachdem, wann ihr es hört. Und ich bin raus, überlasse euch zwei jetzt noch das Schlusswort und sage Tschüss. Von mir auch nur ein Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus